machinarium herzlich willkommen in diesem kleinen let's play ein uralter titel würde mir wundern wenn es noch leute von euch kennen ich habe es mir empfohlen lassen mal schauen ob es seiner versprechung gerecht wird ich finde es schon mal sehr nett gemacht ein neues spiel ich habe es noch nie gespült noch nie getestet mal schauen vielleicht ein bisschen riskant hallo platsch ok mal ein rüsselmaus wurm hamster ok ich klicke mal das an niedlich ok man kann ihn dann ziehen das kenne ich von anderen sachen aber irgendwie los ok es fehlt noch ein bein und es fehlt dem eine hat und der möchte die maus haben ok das haben wir schon rausgefunden man kann sich lang ziehen und du hast die maus gefressen ok du kannst die maus wieder auskotzen los 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 na komm her bist du niedlich ohhhh ein bein ich habe ein bein lösungshinweis braucht man nichts ah jetzt gehen wir hier hin ein nettes point and click adventure buch okay wenn er ausschaut wie so a wie ist das? Silent Hill Zombie Monster Erscheinung was er einfach nicht damit tun soll aber da gibt es einen Magneten kann ich da was machen? nein hm ich kann da hinten hingehen ne kann man nicht ich kann da auch nicht hingehen kann ich da unten hingehen wie groß mach? auch nicht Och logisch sonst kippt er um ah jetzt könnt ihr die Magneten davon nehmen ja wie wärst du den da jetzt wieder rauskriegen? so aber trotzdem da ist ne Schnur wie ne riesen Spaghetti mit hintereinander kombinieren das machen wir doch das war klar so und jetzt gehen wir doch her dub 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 ähm inventar so und wurf ja los wir angeln uns den Arm ähm das ist ein richtiger MacGyver Roboter Mac Roboter da der wird immer irgendwie schneller oder? was bist du? ein wandelnder Schneemann wir werden vom Schneemann verfolgt eh Schneemann eh Schneemann ok gleicher Symbol das sind so polizei Schneemänner Schlagstock Schneemänner unsympathische Schneemänner ähm auch mal probieren ähm auch mal probieren äh was da ist grad der Roboter reingangern ich will auch rein was gibt's denn da so hm ähm da kann man hoch ok noch höher ja nein länger ja nein auch nicht ach da fallen noch zwei Stück ja vielleicht mal so und hoch ne das macht er nicht hm ok was gibt's denn noch weiße Farbe keine ahnung was da hinten rum ok ach der hat ja einen äh weißen Hut da vorher sowas gar so einen spitzen vielleicht können wir das mit dem ok ok es erklärt er warum wir da hoch müssen wir brauchen ja auch oben noch so eine Lampen aber kann ich irgendwo zurück ne ne das macht er nicht so so aber wie kriege ich das oben jetzt den Magneton mal an ja mal hm 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 ich weiß ich weiß dass ich da hoch muss aber ich hab nur das und länger werden kann ich auch nicht so wieso es sind doch nur die zwei locker vielleicht vielleicht können wir die da rausnehmen und da oben rein stecken jetzt hm hm ja hm 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 ...interesting. Grübeln, grübeln. Seid uns so gelangweilt. Ja, da wird sich nichts verändern. Der ist doch blau. Hm. Okay. Das hat schon mal geklappt. Ja, aber das los ist doch nicht mehr. Hm. Okay. Brauche heute nicht. Den weg. Vielleicht den rein. Ach! Okay. Den... Nein. Nicht. Den vielleicht über mich. Auch nicht. Ah jo. Man muss da jetzt erst hingehen. Los, ihn mit da. So. 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 Blauer Hut. Jetzt fällt da nur noch die Lampen. Da kannst du sonst nichts machen. Und da kann man nur nach oben klettern. Mal schauen. Vielleicht reicht das hier. Probieren kann man. Nochmal furzen. Ich will da rein. Das gibt's doch nicht. Na, okay. Also, wie erwartet werden wir wahrscheinlich da oben die Lampe brauchen. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ach keis. Wir brauchen den caisen. Wir müssen die Marie auf lebensweit sein. Horne consistently. Läufer Wannить den Weg zuerst auf den REst und unteren auf den Weg 2. Oh. Oww. Oh. 죠. Auch wie geht es klar. Da habe mir scherchen gesellst. Es ist ein Video. Warum einen photoshop Él dich überchnitt also wird? Ich best.. 還 A康. Da muss man mal drauf kommen. Und das wieder rausnehmen. So. Das kann ich jetzt eh nicht mehr rausnehmen. So, entwachsen. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das erste richtige Rätsel gelöst. Ähm, okay. Wachsen. Der ist so niedlich. So. Komm, ich bin die schlanke Variante von dir. Siehst. Da ist irgendwie Öl. Irgendwie habe ich da ein ganz ungutes Gefühl. Los. Klopp hoch. Ach, war klar. So. So.